Sie haben viel gemacht. Sie haben zum Beispiel vor drei Jahren in der Nähe von Korbach auch drei Feldholzinseln mit insgesamt 12.000 Pflänzlingen hergerichtet. 500 Jugendliche haben da mitgemacht. Das ist ein großes Engagement, dass es einfach hier gewürdigt werden muss. Und vielleicht noch ein Wort zu den Feuerwehren. Heute sind hier 365 Feuerwehrleute im Einsatz in Korbach. Und täglich waren hier 120 Feuerwehrleute beschäftigt. Also wenn die nicht wären, wäre es schwierig überhaupt einen solchen Hessentag zu organisieren. Das ist ein Fund. Das ist der Dieter-Wessler-Spielmann-Zug aus Darmstadt-Geberstadt. Und da müssen wir dringend reinhören. Es ist der Enkel des Gründers. 1901. Sein Opa hat es gegründet. Und jetzt hören wir rein, was der Enkel draus macht. Und Sie haben es gemerkt, wir sind mit Darmstadt-Eberstadt schon in Darmstadt, schon in Südhessen. Das sind ja die Ersten, die heute Abend wieder nach Haus fahren müssen. Deswegen hat man sie wahrscheinlich nach vorne gerückt. Der Motivwagen Ritter Georg von Frankenstein. My God. Das Motiv beruht auf einer Saga von dem genannten Ritter. Ein Lindwurmdrache versetzte in der Ritterzeit die Bevölkerung um die Burg Frankenstein in Angst und Schrecken. Und da kam er, der berühmte, und rettete. Und durfte deswegen eine hübsche Försterstochter zu seiner Frau nehmen. Er starb aber trotzdem.